Moin Leute, was geht? Willkommen zurück auf meinem Kanal, korrekt, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um das heutige Update in Warzone und in Cold War. Und ja Leute, ihr habt richtig im Titel gesehen, ab heute ist Cold War kostenlos für alle spielbar. Und zwar könnt ihr den Multiplayer und den Outbreak-Modus kostenlos testen und das Ganze geht bis Dienstag. Wahrscheinlich startet das Ganze heute um 19 Uhr. Ihr könnt dann einfach in den Store gehen und euch Cold War kostenlos herunterladen und kostenlos spielen. Zusätzlich dazu gibt es auch Doppel-EP, das Ganze ab Freitag um 19 Uhr in Cold War und das Ganze geht bis Dienstag 19 Uhr. In Warzone haben wir keine Doppel-EP. Raven Software hat gestern auch dieses Bild hier auf Twitter gepostet und zwar kann man den Text nicht ganz erkennen. Wir mussten den Text selber entschlüsseln und das ist die Entschlüsselung für den Text. Cargo Trucks are dominating the Solometer. Verdansk Solos need saving. Something must be done soon. T-1 unten rechts sagt uns, dass dieser Patch in einem Tag wahrscheinlich herauskommt. Und dieser Tweet wurde gestern getan. Das heißt, dass heute dieses Update kommen könnte. Ich denke mal, diese Entschlüsselung müsste so sein. Ich kann mir nichts anderes darunter vorstellen. Cargo Trucks sind die LKWs in Warzone und die LKWs im Solo-Modus sind wirklich komplett overpowered. Vor allem im Endgame im Solo-Modus sind die LKWs overpowered. Jeder fährt mit den LKWs am Ende nur noch rum und es ist auch schwierig, die LKWs kaputt zu schießen. Vor allem, wenn du nur einer bist im Solo-Modus und vor allem auch im Endgame, wenn du dann die LKWs kaputt schießen willst, sieht natürlich jeder, dass du auf den LKW schießt und somit hast du deine Position auch preisgegeben. Und die werden heute eventuell im Solo-Modus entfernt. Ich werde heute auch im Stream den Solo-Modus wahrscheinlich spielen, wenn dieser Patch denn rauskommt. Und wir bekommen heute natürlich auch ein Playlist-Update in Warzone und auch in Cold War. Gestern wurde übrigens auch noch die Ural-Gebirgs-Map in Warzone geleakt. Diese Map findet ihr auf unserem Discord-Kanal unter Hashtag Leaks. Hier seht ihr eine nachgezeichnete Map, die sehr ähnlich aussieht wie das Bild auf dem Discord-Kanal. Wir sehen oben links Golova, oben rechts sehen wir Mainz, links in der Mitte sehen wir Battery, daneben haben wir Ruka und darunter ist Zoo. Und unten links befindet sich Sanatorium. Zwischen Sanatorium, Zoo bzw. Zoo, Ruka und Battery befindet sich ein großer See. Und unten rechts sehen wir ein riesiges Schneegebiet mit einer Wetterstation. Ob wir diese Map irgendwann in der Zukunft noch bekommen werden, weiß ich nicht. Aber man kann auch klar erkennen, dass es eine Map in Cold War ist und wahrscheinlich auch mit der Cold War Engine entwickelt worden ist. Also kann ich mir eher vorstellen, dass wir die Map eventuell in Cold War bekommen. Vielleicht auch mit einem großen Zombie-Modus auf dieser riesigen Map. Das wäre natürlich sehr, sehr geil. Vielleicht auch ein Stand-Alone-Zombie-Modus. Das heißt, dass wir einen Zombie-Modus in Call of Duty bekommen, der alleinstehend ist, genauso wie Warzone und eventuell auch Free-to-Play. Da gingen ja auch in letzter Zeit ein paar Gerüchte rum. Ob dies kommen wird, wissen wir natürlich nicht. Ich hoffe es auf jeden Fall wäre natürlich ziemlich nice, wenn sowas rauskommen würde. Es wurde dann noch ein weiteres Bild geleakt, wo man Days of Summer drauf erkennen kann mit einem Emblem darunter. Also kann es gut sein, dass wir demnächst ein Days of Summer Event in Cold War bekommen werden. Vielleicht auch in Warzone gleichzeitig, man weiß es nicht. Dieses Event hatten wir ja auch schon damals in BO4 und Blackout, was auch sehr, sehr nice war. Der Battlefield 6 Trailer wurde ebenfalls geleakt und sieht echt sehr, sehr heftig aus. Den könnt ihr auch auf unserem Discord-Kanal sehen. Unter Hashtag Leaks habe ich den reingepostet. Schaut euch den an, sieht wirklich sehr, sehr cool aus. Diese Woche müssten wir dann noch zwei weitere Bundles in den Shop bekommen. Und zwar ist das einmal das Road Rage Reactive Bundle. Hier bekommen wir die Pellington mit der Reaktiv-Tarnung drauf. Wir bekommen eine legendäre Variante der AKU, ein unbekanntes Item, wahrscheinlich Doppel-EP oder sowas ähnliches, ein Fahrzeug-Skin für Cold War, eine Kupplung als Talisman, eine Geste, ein Emblem und eine animierte Visitenkarte für 2400 COD-Punkte. Dann bekommen wir diese Woche auch noch das Zayna Cold-Blooded Bundle. Da bekommen wir ein Zayna Operator Skin, eine Variante für die FFAR und die Diamatti, ein Talisman, eine Uhr, ein Finishing-Move mit dem Leopard, ein Emblem und ein Sticker. Jetzt wurde übrigens noch ein weiteres Bundle geleakt und zwar ist es das Nuclear Distillery Mastercraft Bundle. Hier bekommst du eine Ultra-Variante der Hauer, die sehr, sehr krass aussieht. Da zeige ich euch gleich nochmal diese Waffe ingame, eine legendäre AK-47-Variante, eine legendäre Uhr, ein Cocktail als Waffen-Talisman und ein Schneemobil-Skin für Cold War und drei unbekannte weitere Items für 2400 COD-Punkte. Hier könnt ihr die Hauer-Variante ingame sehen, die auch ziemlich geil aussieht. Wenn du die Waffe inspizierst, siehst du vorne an der Waffe eine kleine Ratte in irgendeiner komischen Flüssigkeit drin. Dann lässt du die Flüssigkeit aus der Waffe raus in eine Art Krug oder Tasse oder sowas, was du da hast und du trinkst dann diese Flüssigkeit, in der die Ratte drin war. Es sieht auf jeden Fall ziemlich witzig aus. Das war es jetzt auch mit den ganzen neuen Informationen. Leute, Cold War ist kostenlos, wenn ihr Cold War noch nicht getestet habt. Multiplayer und Outbreak ist kostenlos spielbar. Wenn ihr da rein wollt, könnt ihr das gerne tun. Bis Dienstag geht das Ganze noch. Heute kommt ein neues Playlist-Update raus für Warzone und für Cold War. Ich bin heute auch live um 17 Uhr. Kommt gerne in den Livestream rein, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und wenn du neu hier bist und immer up-to-date bleiben willst mit allen Dingen, die mit Call of Duty zu tun haben, fühl dich frei, ein Abo da zu lassen und auch die Glocke zu aktivieren, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn ich ein neues Video hochlade. Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde sagen, wir sehen uns im Livestream bzw. beim nächsten Video. Haut rein und ciao.